Freunde, guckst du, meine Freunde, Fettkomm, die entschuldigt sich für das Spendenziehen von 500.000 Euro und meint, es war viel zu früh, weil er unter materialen Druck stand, musste er schnell irgendwie einen Spendenaufruf machen, weil er Angst hatte, dass die Strafe zu hoch ist. Aber Fettkomm, die 500.000, okay, er ist ein Promi, der Olli. Aber ich schätze, so 100.000 wäre es maximal gewesen, verdammt auch mal. Da kommen so viele körperlichen Schaden an jetzt auch nicht. Er hat vielleicht nur rote Backe gehabt, aber er hat das überdramatisiert, meine Freunde. Er kann nichts mehr hören. Leute, jeder, fast jeder Mensch hat doch schon mal eine Schelle kassiert. Auch der Boss hat mal in der Schere eine Schelle kassiert. Ich konnte auch noch hören, die hat auch mal eine Zähne im Mund. Also Olli, übertreib doch die Lage verdammt nochmal nicht. Und sag hier nicht, nein, ich kann nichts mehr hören, meine Zähne. Nein, man geht einfach zum Arzt, guckt noch, ob alles heil ist, vielleicht ein bisschen Aua-Aua da, dann kriegst du vielleicht ein bisschen Aua-Aua, 30 bis maximal 100k, und die Sache ist dann erledigt. Cashmoo sammelt dann mit dem Rest der Leute die Spenden ein und fertig. Aber kein Rumgeheule, Olli, du bist jetzt nicht fast tot oder so, du hast eine kleine Schelle gekriegt. Was jeder Mensch mal bekommen hat, wenn er halt Fehler gemacht hat, das ist Karma. Merkt ihr das? Okay, meine Freunde, das war's wieder von nur einem Boss. Abonnieren, gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.